Hallo Schatz, ich bin wieder zu Hause. Stefan, was machst du denn hier? Nun, sieben Uhr, kein Stau. Ich komme von der Arbeit. Stefan, ich dachte, ich dachte, du wärst tot. Ja, aber wieso das denn? Na ja, heute Morgen bist du gegangen. Ja, zur Arbeit gegangen, wie jeden Tag. Aber als du nicht wiederkommst, musste ich natürlich das Schlimmste befürchten. Oh Gott, hast du ja Schlimmes durchgemacht, was? Aber jetzt bin ich ja wieder da und alles ist gut. Da kannst du nicht rein. Wieso? Fällig der Morgen. Ähm, Fernando, das ist Stefan. Stefan, das ist Fernando. Fernando? Mein Mann, wir haben heute Mittag geheiratet. Ihr habt was? Wir haben geheiratet. Wir haben gedacht, ich bin tot. Genau, und ich war mir sicher, du hättest es auch so gewollt.